So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Super Mario Galaxy 2 und Luigi ist ein wenig schläfrig, glaube ich. Soll ich ihn mal aufwecken? Hey Luigi, steh auf! Hey, aufwachen! Oh, so, na gut, da ist er wohl schon wach, der Arme. Ja, schläft er gerade zufriedig, aber nein, da wird er aufgeweckt und muss natürlich gleich in die Monster Arena Galaxie, na so ein Mist aber auch, ne? Schlimm, 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 schlimm. So, okay, Kometenalarm, oh mein Gott. So, Grünstern Nummer 1, mal sehen, ob ich ihn schon sehe im Startbildschirm hier. Ich sehe ihn noch nicht. Da ist schon mal einer, das ist der Letzte. Gut, den Letzten haben wir schon gesehen, das ist ja schon mal was. Ich vermute, dass es der Letzte ist, ne? Ich weiß es ja nicht. Jetzt fehlt aber noch ein anderer, nämlich der Erste. Wo ist denn jetzt? Ach, da. Hallo? Hey, na, wie geht's so? Und weiter geht's. So, Grünstern Nummer 1, wo bist du denn? Ich weiß es nicht, hier ist die Kometen-Münze. Hier ist noch eine Münze, okay. Komm schon, gib mir... Nein! Scheiße, gib mir die Münze. So, okay, jetzt sind die auch tot. Hier ist kein grüner Stern. Hier vielleicht. Vielleicht hier irgendwie drin oder so, ich weiß es ja nicht. Die sehen ja auch nicht, wie soll ich den denn auch sehen? Aber hier ist auch keiner. Nö, ich sehe irgendwie noch keinen grünen Stern. Das muss aber nichts heißen, ne? Warte, du bist die Krabbe, die in dem Leben gibt, so. Apropos Leben, irgendwo war doch... Kein grüner Stern. Nö, irgendwie nicht. Nö, hier auf dem Planeten ist das echt ein bisschen... Hm. Ich glaube, auf dem Planeten kannst du die kaum verstecken eigentlich. Weil man geht ja eigentlich außen rum, da müsste man die ja eigentlich irgendwie sehen. Hier ist auch irgendwie keiner? Nee. Hm. Wo sollen die denn sein? Vielleicht hier irgendwo drin in der Röhre? Ach, da oben drauf. Ernsthaft? Sind die jetzt auf jeder Röhre drauf einfach? Auf der letzten sind sie ja auch drauf. Haben wir ja schon vorhin gesehen. Du bist der Erste hoffentlich. Weil sonst wüsste ich nicht, wo der Erste sein soll. Na? Na, du bist... Numero Uno. Nummer Eins. Oder? Oder? Ja, es ist der Erste. Puh. Gut. Dann jetzt... Wieder da hin. Wieder da drauf klicken. Lalalala. Lala. Dort hin fliegen. Es ist einfach unfassbar. Dass man immer das gleiche drücken muss. Und jedes Mal... Also bei den normalen Sternen geht das ja noch. Die dauern ja noch ein bisschen. Aber die grünen Sternen sind immer so schnell erreicht. Und nach einer Zeit nervt es einfach nur diese ganzen Sequenzen immer wieder zu sehen. Das ist ja cool mit den Augen. Die... Der Schatten da bildet Pupillen, ne? So ein bisschen. Habt ihr das gesehen? Da bei diesem einen... Gesicht da. Diesen komischen Gesichtsfelsen. Frag mich nicht. So. Okay. Ähm. Hallöchen. Gumba. Na? Und wieder zurück. Und weiter. So. Hey, na? Wie geht's so? Heute ein schöner warmer Tag, ne? So. Willst du ein bisschen Abkühlung? Bier. Hast du. Hier. Gibt's ein bisschen Abkühlung. Bisschen frische Luft. Ist... Kann nicht schaden, ne? Hat meine Mutter auch immer... Ach. Hat meine Mutter auch immer gesagt. So ein bisschen Abkühlung im Sommer, ne? So, wenn... Wenn man in der Nähe von Lava ist. Von Lavaseen und so. So ein bisschen Wind kann nie schaden. Das kühlt immer schön ab. Ne? Wir waren ja früher immer, ne? Wir waren ja früher immer in der Nähe von Lavaseen. Haben wir immer... Haben wir immer unseren Sommerurlaub verbracht? Nein, natürlich nicht. So. So, hier leben. Nehme ich natürlich immer gerne mit. So. Habe ich genug. Aber egal. So. Hier sind noch mehr Münzen. Hier möchte ich weiter. Hier, seht ihr das? Die Augen. Die Sternteile bilden so ein bisschen die Pupillen, ne? Oh, ich muss jetzt tot machen. Hey, na? Wie geht's? So, warte. Münze. Bäh. Autsch. Ey, Alter. Was soll das? Du Arsch. Ich hasse dich. Münze? Danke. So. Schlüssel. Und eine Münze. So, und wieder voll. Gut. Wieder voll gut. Ne, ach, weiß ich nicht. So. Gut, den Stern hatten wir schon mal. Hat hier, ja, der Trick ist recht einfach. Oh, hä? So. Der Trick ist recht einfach. Man muss die einfach nur gut leuchten. Na. Ist jetzt nicht sonderlich schwer. Jetzt muss ich bloß hier rüber. Ach cool, man sieht ja das Gesicht auch von innen. Ist mir noch nie aufgefallen. So, tot. Wie praktisch. So, na dann. Hinaus. Und weiter. Baaah. Wieso läuft er im Kreis? Ich weiß es nicht. So. Wo sind wir jetzt? Ach, hier sind wir jetzt. Okay, und weiter geht's. Da war ein Guma, der hätte mir was verkauft. Aber. Hier ist. Ne, der hätte mir nichts. Ach, ne. Hier ist der Guma, Guma gewesen. Der wollte ja Münzen haben, glaube ich. Halt. So. Okay. Weiter geht's. Da oben ist der nächste Stern. Sehe ich schon. Ups. Nanu, hey. Das ist ja fies. Hey, wieso machst du... Moment. Jetzt hab ich ihn. Okay. Ach, das ist blöd. Jetzt muss ich mich jedes Mal durchkämpfen. Ist ja nervig. Das ist ja nicht mal anspruchsvoll, die Galaxie eigentlich. Ist sogar recht einfach. Ja. Und die Sterne, naja. Gut versteckt sind sie auch nicht. Sternteile hab ich erhalten. Das ist toll. Und Münzen. Gut, wo der dritte ist, weiß ich jetzt auch. Dann mach ich den auch gleich nochmal. Wow. Ist voll spannend, ne? Unglaublich. So, ähm. Na komm. Dorthin fliegen. Wann hatte ich denn jetzt angefangen? Ach so, ja, natürlich. Okay. Ich erinnere mich wieder. So, dann wollen wir mal den... Boah, dritten noch suchen. So. Also, ne? Sieben Minuten oder acht Minuten und wir haben schon zwei Sterne. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. So, den dritten finden wir auch gleich. Da hinten ist er nämlich schon. Sieht man ja auch schon hier. La la la. Okay. Okay. Gut. Also nochmal durch die ganze Galaxie kämpfen. Wow. Also, die hätten sich echt was Besseres überlegen sollen. Wobei, wenn man bedenkt, in Super Mario Galaxy... Äh, ja, in Super Mario Galaxy musste man ja nur... Äh, Sach. Ach. Die ganzen Level mit Luigi nochmal durchspielen. Da. Er landet immer wieder in der Narbe. Ich bin so schlau manchmal. Naja. So, jetzt aber tot. Und du... Hey. Ich hab doch... Gewirbelt. Was ist denn los? Du Arsch. So, warte. Mist, Vieh. So, kommst du mal hier. Na, der rollt wieder rein. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Das ist dein Tod. Das weißt du, ne? Aber okay. So, das stört ihn bestimmt nicht. So ist ja eh nur ein Felsen. Ne? Offensichtlich ein intelligenter Felsen. Hey, Nanu. Hallo? So. Ein paar Sternteile gibt's da auch, aber... Nichts Wertbewegenes. So. Ist lustig. Die kann man hier gleich mit der Feuerblume mit kaputt machen. So. Okay. Und weiter. Okay. Gut, das kennen wir ja hier auch. Wow. Hey, na? Heute schon gestorben? So. Diese Gumbas immer. Die gibt's doch überall. Fast wie Murlocs sind die. In WoW. Naja. So. Aber die machen kein nerviges Gurgeln wie diese Murlocs. Wo ist denn jetzt? Da hinten ist der Schlüssel. So. Okay. Rein in die Röhre. Da guckt ihr in die Röhre, ne? So. Okay. Dann haben wir's ja gleich hinter uns. Lalalalalala. 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 Lalalala. Ups. So. Wo denn unten muss ich noch? Halt. Na nun. Triff doch mal. So, jetzt aber. Okay. Ich möchte wieder raus. Ich möchte wieder weiter. Das wäre richtig toll. Okay. Und jetzt wieder hier. Schlitterpartie. Hm. Auch eine interessante Technik. Ich glaube, ich bin sonst immer gesprungen, ne? Um nicht zu schlittern, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Öh. War ja schlau. Warte. So, okay. Gut. Jetzt hier noch rein. Da oben wäre der zweite Stern, aber den haben wir ja schon. So, jetzt noch. Ach, das hier schon wieder. Das war ja nervig. Ups. Warte. Äh, da hin. Und. Nein. Hey. Wie soll das? Wie getan? Bäh. Bäh. Na toll. Jetzt aber. So. Gibt's ne Münze? Ja, da gibt's ne Münze. Wie praktisch. Hallo. Würdest du bitte? Danke. So. Okay, und jetzt. Ach, hier geht's weiter. Genau. Okay, und hier ist auch schon. Du heilige. Der letzte. Stern. Hopps, so bin ich jetzt. Ach, hier bin ich jetzt. Uah. Hey. Darauf. Genau. Und ich habe ihn. So. Grünstein Nummer 3 in dieser Galaxie. So. Und. Wir haben ihn. Ach, Mann. Das ist echt ein bisschen. Naja. In der Galaxie ist das jetzt nicht so toll gewesen, die einzusammeln. Muss ich ja zugeben. Das war weder anspruchsvoll noch sonst irgendwas. Das war einfach nur Monster töten. Oder Gegner töten. So, jetzt nochmal zu Bowser. Vielleicht werde ich da nicht so enttäuscht. Na, na nun. Hier hin. Oder? Warte mal. Waren das schon alle? Ja. Ne? Hier habe ich schon. Ja. Ich habe jetzt nur noch Bowser und dann die Welt S. Und dann war es das. Na nun. Hier. Will ich hin. Dorthin fliegen. Dann suchen wir den mal. Der wird ja nicht schwer versteckt sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn zumindest jetzt noch nicht Aber die Galaxie ist ja auch sehr groß Hier sehe ich ihn auch noch nicht Nein, aber die Life Extension Da nehme ich auf jeden Fall mal mit Ups Na nun, dreh dich mal so rum Ups Das war ja schlau Was mache ich denn? Das war jetzt nicht so toll Na egal Ach Hammer, Brüder Das ist ja Hammer, ihr Brüder Ohne Münze So, wenigstens kein Zeitdruck jetzt Das ist auch ganz praktisch Hey, na Wie geht's so? Na nun Aua, Alter Du Arsch Gib mir ne Münze Gib mir ne Münze So Die Frage ist jetzt, ne Ich kann mich umgucken Sehe ich irgendwo einen grünen Stern? Nein Gut Warte, 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 warte Bevor ich hier, ne Hier könnte auch ganz fies einer versteckt sein Ist aber nicht der Fall Zumindest sehe ich von hier aus keinen Zumindest sehe ich von hier aus keinen Ich hab ne Idee, wo einer sein könnte Aber ich bin nicht sicher, ob da wirklich einer ist Ach, da unten ist einer Okay, Moment Ich dachte jetzt eigentlich hier oben drauf, aber Hier ist er offensichtlich Wo bin ich denn jetzt? Nicht über ihm, ne Jetzt hab ich ihn, okay So, das war der erste Der war ja jetzt nicht so schwer Zu finden Jetzt noch der zweite Na komm So Yeah Grünstelle halten Der erste In dieser Galaxie Und der letzte in der regulären Welt Äh, der vorletzte in der regulären Welt Fehlt eigentlich nur noch Die Welt S dann Wenn ich jetzt den zweiten hier noch habe So Hm Ob das so toll wird In Welt S die Sterne zu sammeln Ich weiß es nicht Bowsers Galaxien Generator Grünstelle Nummero 2 Hm Hm So Na dann Ah, okay Ich hab grad wieder überlegt Ich hab vor ein paar Folgen mal gesagt Dass mir schon wieder die französischen Zahlen Nicht einfallen Jetzt fallen sie mir wieder ein Mann, Mann, Mann So Gut Nur wegen den Sternen Ich wäre ja nicht immer nur 1, 2, 3 sagen Sondern Oh, nur das Stress Oder Oh, und Das war Äh, äh Quattro Nee Nee Nee, das Quattro war wieder Hallo Würdest du bitte Sterben Danke So Nein Ah, diese Hammerbrüder Ich hasse sie So Na, na nun Hey Hey, na Was geht, Alter Ey, Bro Ey, was geht, Bro Gab's noch nicht so ein Spiel So eine Brettspielherstelle Oder so Namens Hasbro He hasbro Nee Keine Ahnung So Ach ja Hier musst du mich durchbohren Tja Very boring Aber egal So Ach, ich falle Ich falle Oh mein Gott Ein gefallener Held Aber hier ist auch kein Grinnerstern Zu sehen Okay Moment Frage ist Bleibt das auch so Oder wird hier irgendwo einer Erscheinen Ich weiß es nicht So Hört er durch Ich glaube, hier ist keiner Nee, nee, nee Hier, wo soll hier einer sein Ich weiß es nicht Keine Ahnung Du hast ein Leben Auf jeden Fall Nee, ich sehe keinen Aber das müsste nichts heißen Nee, ich glaube, ich würde einen sehen Wenn da einer wäre Naja Gut Wieder durch Warten Naja Ich glaube, der ist woanders Der wird woanders sein So Hier durch Okay Okay Und jetzt Hier rein So Hm Hm Ist der hier Schwer zu sagen, ne Ist immer schwierig Das weiß man immer nicht so ganz Wo die sind Wah Jetzt Na nun Komm schon Genau Ha So ist gut Okay Die Frage ist nur Ist hier irgendwo ein grüner Stern Das ist echt blöd Ich fahr jetzt einfach einmal rum Und dann gleich in die Lava rein Nein, natürlich nicht Doch Moment Okay Okay Hier ist keiner Und auf der anderen Seite Wahrscheinlich auch nicht Ha 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 Ruf dich Ruf so Gut Das ist jetzt nicht ganz so fies hier Da oben war nur die Kometenmünze Genau Ach nee Gar nicht Das sind Münzen Oh Das war ja schlau Was mach ich denn Da Hey na Bleib mal stehen Wollten Stammschuhen machen Damit es schneller geht Aber das war wohl nicht Die beste Idee vielleicht Könnte man so sagen Hier kann ich auch stehen bleiben Ja Hier kann ich auch Ja Okay Ich hab mich da früher so durchgequedet Das ist irgendwie doch recht einfach Moment 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 Halt Na Mist Ich wollte gerade was überprüfen Äh Jetzt bin ich gerade Oben Nein Ach komm Jetzt Wenn doch nicht Dauernd in die Lava Komm gib mir nochmal das Power up So Oh warte mal Halt Kommt das wieder Ja Was hab ich Oh nein Ach man Ah nee Okay Ich wollte nur gucken Ob da oben vielleicht der grüne Stern ist Man weiß es ja nicht Das wäre ja kein schlechtes Versteck Aber jetzt habe ich eher mein Leben dafür riskiert Als einen Stern zu finden So warte Viel Platz bleibt aber auch nicht mehr um Stern zu Ach siehste Hör auf Äh wie zur Hölle komme ich da hinten hin Ähm Ihr seht ja diesen Stern ne Da hinten ist er irgendwo Wie komm ich da hin Hä Okay Ich weiß es nicht Ich würde mich gerne umgucken können Kann ich das nicht hier vielleicht Nee Der Ding geht runter Wieso kann ich mich hier umgucken Darf ich nicht Ihr seid gemein Ich hab keine Ahnung Wie ich da rankommen soll Na Ihr seht selber wo der Stern ist ne Bevor ich da jetzt groß sterbe Weil ich nämlich echt Keine Ahnung Ob ich hinkomme Werde ich einfach mal hier Ganz kurz nachgucken Nein So warte mal Halt 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 Wo ist es denn Wasser für die Galaxie Sind wir schon Vorbei Mhm Ach Wolken Soll ich Das ist doch nicht euer Ernst Also ich kann ihn mit Yoshi Nicht erreichen Vermutlich Aber ich soll Wolken Mario benutzen Oh Das ist etwas Brenzlig hier Kann Yoshi nicht Mach ich jetzt so Ach das Okay das geht Warte mal Halt Vielleicht Vielleicht geht das ja doch Bin mir aber nicht sicher Erstmal bricht die Wippe Nach oben Ah Ich muss abspringen Warte mal Ich will jetzt nämlich nicht Noch mal zurückgehen Und als Wolken Mario Hier weiter Kommen Das möchte ich nicht Das wäre blöd So Das geht echt mit Yoshi glaube ich Ich bin mir aber nicht sicher Hä Irgendwie ist er nicht so weit gekommen oder Der wäre doch beim letzten Mal Weiter gekommen Oder nicht Vor allem könnte er doch sonst auch Mehrmals springen Verstehe ich nicht Manchmal geht das Manchmal geht das nicht Also gut jetzt reicht es mir aber mal Ne ihr seht ja Ne wieso Wie kann er denn manchmal Mehrmals springen Manchmal nicht Hm warte mal Ich muss das mal ausprobieren Also folgendes Ne ich hatte es doch mal hingekriegt Vielleicht dass er Mehrmals Ah ok Ich muss ihn bloß ein bisschen Fallen lassen Verstehe Das muss doch irgendwie möglich sein Ha Ich hab ihn Ha 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 Ich hab den Stern Vorwiegend Wolken Mario Pff Komischer Guide Das geht mit Yoshi Ganz einfach Naja Das war eher Glück glaube ich Aber ich hab ihn Das ist doch das wichtigste So Galaxie komplett Und Sternteile erhalten Und Münzen Na gut Dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal Ich hoffe euch hat es gefallen Ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal Wieder dabei Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss.